Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zum Leseliste März. Jetzt wollte ich schon einen Monat sagen, aber nein, es ist Leseliste. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin die Dorothea, ich liebe es zu lesen und über Bücher zu reden. Und wir reden heute über fast nur eine Autorin, weil ich endlich die Ausgaben, die ich von Jennifer Armenschaudt habe, lesen werde. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe teilweise eine komplette Reihe und sehr viele Bänder da rein und ich habe keine Ahnung, ob sie mir gefallen werden, weil gehypt werden sie. Einmal spreche ich von Blood & Ash, da habe ich die ersten drei Bänder. Das vierte ist auch schon vorbestellt, ich weiß. Ja, ich habe es noch nicht gelesen, bestelle mir auch schon das Wetter vor. Halleluja. Und zwar von der Chest of Fandom, die Ausgabe. Das ist ja Liebe kennt keine Grenzen, Band 1, 2 und 3, die ich dann jetzt im März lesen werde. Ich lese euch mal den Klappentext vor, weil eigentlich weiß ich, um was es geht. Die meisten wahrscheinlich auch, weil die Bücher werden ja so oft überall gezeigt, egal auf welcher Plattform man unterwegs ist. Aber ich dachte mir, für alle die, die es vielleicht doch nicht gesehen haben, hier einmal der Klappentext. Und zwar, Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat von dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben also Auserwählten ins Einsam. Niemand darf sie anziehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte, als nur ihr Abend. Da sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsucht einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppys sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Ja, ich bin gespannt. Dann gibt es ja eine Auskopplung. Die habe ich auch schon. Schöto and Amber, eine Liebe im Schatten. Den Klappentags habe ich mir nicht durchgelesen. Und werde es euch auch nicht sagen, weil es anscheinend eventuell spoilern könnte. Und da ich mich weder mich und euch spoilern will. Aber ich habe sie auch von der Chest of Fandom da. Deswegen, die werde ich jetzt im März endlich lesen. Es sind verdammt dicke Klopper. Ja, aber wie ihr wisst, dieses Jahr mache ich ja immer nur 10 Bücher pro Monat, die ich auf meine Liste setze. Und dann schaue ich mal. Und dann kann ich auch solche Klopper draufsetzen, weil das schaffe ich. Sollte ich schaffen. Und weil ich ja gesagt habe, Jennifer and Armandtrout. Also kommen natürlich auch meine Luxus-Collection von der Bücherbüchse dran. Die, äh, jetzt werde ich schon wieder Wicke-Dreihe. Das ist nicht die Wicke, äh, zwischen Liebe und Licht. War das nicht? Äh, zwischen, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit. So heißt die Reihe. Da habe ich ja auch alle vier Bände. Kommt dieses Jahr auch noch ein fünftes Band raus? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dazu gehört. Oder ob das eine Auskopplung ist. I don't know. Und ich frage mich halt, ob die Bücherbüchse dann auch nochmal so in der Art was rausbringt. Ja, lasse ich mich überraschen. Ähm, ich lese euch auch da einmal den Klackentext zu Band 1 vor. Und zwar, auf den ersten Blick ist Ivy Morgen eine normale junge Frau. Sie genießt den Studentenleben in New Orleans und ist seit dem tragischen Verlust ihrer ersten großen Liebe überzeugter Single. Nur wenige ihrer Freunde wissen, dass Ivy einem Orden angehört, der die Menschen in New Orleans vor übernatürlichen Wesen schützt. Eines Tages wird Ivy von einer Fee angegriffen und schwer verletzt. Schnell ist klar, dass sie bei dem Feeangriff nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Deshalb schickt der Orden seinen Lieblingsmann Ren Owens nach New Orleans, um die Sache gemeinsam mit Ivy aufzuklären. Ren ist attraktiv, arrogant und flirty. Alle Dinge ist Ivy gehörig auf die Nerven gehen. Doch er ist auch genauso verboten sexy, dass sie ihm schon bald nicht mehr widerstehen kann. Ja, ich bin gespannt. Bei der Collections waren auch Gläserzeichen dabei. Bin immer noch mal überlegen, ob ich sie benutze. Huh, die tun hier schon ganz schön spiegelt. Oder ob ich die einfach in meine Collections eintue und sie nie benutzt werden, damit sie nicht kaputt gehen. Ja. Und wer jetzt so richtig mitgezählt hat, dann dachte sie so, ja, aber das sind nur acht. Genau. Da ich aber jetzt sozusagen drei Reihen beginne, die definitiv nicht beendet sind, dachte ich mir, damit ich so sagen wenigstens eine Reihe beende, habe ich mir eine Buchreihe noch draufgesetzt von May Newton, The Benedict Clan, eine Dark Romans Mafia Geschichte. Und das Band zwei und drei fehlt mir noch, dann werden die abgeschlossen. Somit hätte ich wenigstens eine Buchreihe beendet in diesem Monat. Also ich hoffe, ich beende noch mehr, weil ich mehr lese. Aber ich habe hier dicke Klopper vor mir, also wollte ich mal wenigstens so drei gegen eins. Na, ich hätte trotzdem verloren, aber es war nicht drei gegen null. Genau. Und zwar ist Don't You Dare Band zwei, No Way Out Band drei. Und ich lese euch einmal den Klappentext von Band eins vor. Auch nicht Giuliana Parisi, die hübsche Adoptivtochter des Patrions. Sie wurde nach dem Tod ihrer Eltern bei uns aufgenommen und hat nie jemandens Aufmerksamkeit erregt, bis heute. Sie hat ein Geheimnis aufgeklickt, das niemals ans Licht hätte kommen dürfen. Mein Vater ordnet ihre Exekution an. Und auch wenn ihr hübsches Gesicht mir gefällt und es mir danach verlangt, sie zu dominieren, werde ich gehorchen. Die Familie steht über meine eigenen Willen, steht über meine Lust. Daran wird vor allem die kleine Giuliana niemals etwas ändern. Oder? Ja. Es hatte eigentlich einen gemeinen Cliffhanger. Es hatte einen gemeinen Cliffhanger. Deswegen wird Zeit, dass ich es weiterlese. Und bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf meine ganzen Special Ethischen hier. Ob ich erstens alles schaffe und ob ich danach sage, okay, die kommen alle weg. Die ziehen aus. Oder wo ich sage, warum habe ich so lange gewartet, sie zu lesen? Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. Weil die eine Reihe, die zwischen Licht, Liebe und Dunkelheit. Eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit. Ich kann mir die einfach nicht merken, wie sie heißt. Meine Kiss the Wicked Reihe von Jennifer Al-Armetraub war schon so lange auf meiner Liste, die ich lesen konnte. Meine Wunschliste. Und jetzt habe ich sie auch noch in einer so geilen Special Ausgabe. Deswegen hoffe ich ja, dass es wirklich gut ist. Trotzdem, auch wenn sie mir nicht gefällt, wird sie aussehen. Und genauso Test of Fandom. Ich weiß noch, ich habe nur 3,4 Stunden gebraucht, bis ich sie bestellen konnte. Als nämlich der Restock war. Der wievielte, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe gedacht, okay, jetzt musst du sie endlich bestellen. Ja. Das war letztes Jahr alles. Und ich muss sagen, ich versuche dieses Jahr etwas, mich zurückzuhalten. Und wirklich Special Ausgaben erst einmal nur noch von Büchern zu kaufen, wo ich welche schon da habe. Und keine neuen. Außer ich weiß, dass das Buch absolut genial ist. Und ich es unbedingt haben muss. Dann ja. Aber aktuell sage ich, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich kann nicht nur Special Ausgaben mir kaufen, bloß weil sie mir gefallen. Nein. Geht nicht. Nein. Nein. Das sage ich mir immer wieder. Das ist verdammt schwer, aber ja. Genau. Das ist meine Lese-Liste für März. Ein kurzes Video. Naja. Entweder kurz oder verdammt lange. Ihr kennt mich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wie immer. Nicht vergessen. Abonnieren. Und einen Daumen hoch. Falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr einer der Bücher schon gelesen habt, dürft ihr mir gerne sagen. Oh, du wirst es lieben. Oder sagen, oh mein Gott. Du hast ganz viel Geld für nichts ausgegeben. Ach ja. Bis dann. Tschüss. Bis dann.